Hallo aus dem hohen Norden, wir grüßen Sie aus dem schönen Kreis Ostholstein. Wir möchten beim Modellvorhaben smarte Landregionen gerne dabei sein, weil uns unsere Dörfer am Herzen liegen und wir smarte Lösungen zur Stärkung der Daseinsvorsorge voranbringen möchten. Weil wir gute Projektideen haben, die wir gemeinsam weiterentwickeln und umsetzen wollen. Weil wir die Zusammenarbeit mit den Partnern des Vorhabens als großes Plus ansehen und uns schon jetzt auf den Austausch freuen. Kurz gesagt, Ostholstein möchte dabei sein, um schneller, smarter zu werden.